ja hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren runde League of Legends ich bin Aram und in dem heutigen Aram spiele ich Maisa Haar mit dabei sind der Nico und der Leon und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim zuschauen und jetzt erst mal wieder zurück zu unseren Studenten ich muss ganz sagen die Leute die Philosophie Wirtschaft studieren die sind wirklich drei Stunden am Tag ja hallo die Philosophie studieren die haben einfach keinen Bock zu arbeiten also da brauchen wir gar nicht diskutieren ein Kumpel von mir der ich weiß nicht mehr was der studiert aber auf jeden Fall der hat gesagt ja der geht um zehn geht er dorthin und um zwölf macht er dort wieder los wo ich mir sagte er erst mal ausschlafen und dann zwei Stunden sollte und die Süße macht sich nämlich Sorge dass wir mehr Zeit wegen ihren Rage Quatsch keiner von uns na gut vielleicht Tobi aber das glaube ich auch ne oh die haben ihn je wiii die erfen man je erfen die Testana geht einfach auf AP ja wieso nicht AP Testana Ist hier ein Timo drin? Hier ist kein Timo drin. Ach, die haben den Timo. Oh, die Kata hat keinen... Boah, Mann. Das ist aber süß. Alter Schleimer, du. Ihr brauche mich nicht mal einschleimen. Nee. Aber ich muss ja auch sagen, Alex ist ja auch von Natur aus ein sehr netter Mensch. Ich habe mich ja auch sofort gut mit dir verstanden. Von daher. Ja, Dieter. Von uns ist keiner böse auf sie. Nein. Vielleicht Tobi, weil Tobi ist immer auf Leute, Mann. Ja, das ist aber Tobi. Haben wir geklärt, gut. Ja. Ich glaube, diesmal war er nichts mehr. Nö, glaube ich auch nicht. Sonst hätte er anders rege. Oh, da hättest du reingemusst. Ja, genau. Auf jeden Fall. Goll. Mitten unter Tower. Mitten unter Tower mit Level 3 gegen 5. Ja. Am Ende nicht verletzt wird genug. Ja, richtige Lissandra-Mates hätten es gemacht. Ja. Sag ich halt. Guck die Lissandra-Mates, easy. Ich finde es auch schön, dass er den Blendfight direkt in sein Schild reingehauen hat. Ach ja, stimmt. Tandracchio muss ja treffen, damit sie splittert. Ja. Da war ja was. Da war er zu kurz. Du hast Probleme. Ja. Ja, ich meine, guck mal. Meine reicht von da bis dahin, aber er hat halt trotzdem zu kurz. Mach's denn, jetzt hab ich mich versteht. Ja, das kommt halt nicht nur auf die Größe an, man muss auch mit umgehen können, ne? Ich hab, glaube ich, bis jetzt einen Huck getroffen. Bist auf eine Million. Na und? Noll. Noll, der ist ein. Das war so ein Durcheinander. Ich hab meine, mein Stunt zu früh gezündet, die Cutter war noch nicht da. Ah, Leute? Ja, wisst ihr, wenn ich dann mal einen Huck dritte, dann seid ihr nicht da. Ja, ich hab doch. Ich hab noch mal eine Q, hab ich noch durchbekommen. Ah, ich hab mich nie wieder geholt. Oh, nee. Hilfe. Autsch. Ich hasse Timo. Alle hassen Timo. Außer Timo. Doch, doch, auch Timo hasse Timo. Achso. Wählen. Tristana nicht. Tristana war ein Aram. Vier Minuten noch kein Kill gefallen. Was geht ab, Bros? Ja, alles dein Mitspieler, alles dein Mitspieler. Jetzt ist es soweit. Ja. Da wurde er gepaddelt. Ja. Auch noch direkt schön ge... Boah. Ah, ich hab mein Z-X fertig. Ah, Sion. Oh Mann, hätte ich mal mit Death Fires gespielt. Ja. Ja, stimmt. Du hast ja... Du spielst... Warum spiel ich eigentlich noch Death Fires? Keine Ahnung. Ich wollte dich auch gerade fragen. Du bist Meisaha. Nein, du bist Meisaha. Nein. Bei jedem Top Champion ist halt... Ja. Der spielt aber auch ein AD Timo. Ja, und ein AP Tristan also. Ja, ja. Ach, genau deswegen hat die mir kaum Schaden gemacht. Ich hatte nämlich einen Herzinfarkt, als sie auf mich drauf gejumpt ist. Aber die hätten überhaupt nichts gemacht. Oh, Ulti. Nice. Ulti! Oh! Hilfe! Hilfe! Ich hatte nie... Ich hatte nie in der Backe. Ich will die Heilung! Das ist schön. Beim ersten Einkommen World of Ages zu kaufen. Hm. Ich fühle mich richtig gut an. Minute fünf. Warum kann das nicht mal in der Kluft so sein? Weil du auch kein Gold bekommst, ja. Doch, du bekommst auch. Immer ein Gold pro Sekunde. Oder pro anderthalb oder so. Will hier nicht lügen. Weiß halt auch nicht alles. Und ich paddel. Paddel. Sie erinnern mich an das Blitzcray. An das Earth Game. Hehehe. Ja. Hab die Cutter. Einmal tötet. Ja, warum ist keiner mehr da? Warum hookst du immer, wenn keiner da ist? Das frag ich mich auch. Alle Lutscher hier in meinem Team, ja. Hauen immer ab, wenn ich Leute habe. Hehehe. Kann ich nicht nachvollziehen. Autsch. Ah, bloßes Timo, geh weg. Du hast halt Aua gemacht. Wie sie sich da alle im Gebüsch verstecken. Ne. Da ist keiner im Gebüsch außer der Science. Doch. Jetzt ist der Science drin. Ja, aber nicht nur das Science. Ja. Erstmal die Cutter. Das Carpardor der Kluf hat ein Triple Kill? Was ist da denn kaputt? Hehehe. Kassadin, der ist richtig OP. Jetzt hat ein Quadra... Jetzt hat ein Quadra Kill. Was ist da denn? Ne, inoffiziell. Ja, inoffiziell ein Quadra. Aber... gemacht. Hauptsache das Carpardor der Kluf kriegt erst mal einen inoffiziellen Panther? Was ist da denn falsch? Sind ja auch schön alle Tower gedivet, ne? Wie die ganz Großen. Ja. Muss mal wieder mehr Aram spielen. Das macht Spaß. Das stimmt. Nur mit den richtigen Leuten. Ja, das Logo. Aram ist sowieso so eine Teamsache. Darum habe ich es früher nie gespielt. Sieh. Ja, ist halt. Hilfe! Ah, schade. Weil es ist schön, sobald entweder Yi oder Kata dran sind, kriegt sie direkt die Ulti von mir aufm Kopf. Alle von Deutschland. Hehehe. Okay. Bitte warte. Das hat der Kasa gerade gesagt. Alle. Achso. Alle von Deutschland, ey. Hehehe. Gutes Deutschland. Ne, also ich bin von Mama. Hehehe. 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 Alle von Deutschland finde ich super. Hehehe. Hehehe. Er anscheinend aber nicht. Hehehe. Also, nicht richtig auf jeden Fall. Ne, ne. Also, so. Versuche ist es. Oh, ne. So einen Millimeter zu, zu früh. Hätte er mich sonst noch geobbt. Hehehe. 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 Ich hole mir. Wenn ich das nächste Mal tot bin, hole ich mit Oracle. Habe ich mir auch gedacht. Hehehe. Autsch. Wenn... Rapidfire Cannon müsste ja auf mir auch wirken, oder? Ja, du musst... Hä? Rapidfire Cannon? Wieso sollte? Ja, die höhere Reichweite, ne? Ja, ja. Und das ist halt für dich generell wichtig, beide zu benutzen. Also, beide zu haben. Weil, ähm... Diese Fähigkeit mit dem Aufladen, ne? Naja, okay. Äh, die ist nicht, äh, eine passive, sondern, äh, die stackt. Dadurch, dass du beide hast. Ja, mit der... Die hatten... Die hatten zuerst gemacht, dass es stackt. Dann hatten sie es kurz und jetzt ist es wieder drin. Ja. Mhm. Darum spiele ich auch wieder mit beiden. Also, jeder ADC. Wie geht die denn? Der Sprung macht halt Schaden, wenn sie reinspringen auch erst mal. Ja, aber sonst nix. So, ich hol mir jetzt einen Oracle. Suck Oracle. Ist da. Ja. He, he, he. Outplayed. Oh, komm. Die Q hat aber eine richtig geringe Reichweite. Ja, hat sie auch. Ja, ich muss mich dran gewöhnen. Wie gesagt, Cassandra ist ein Chat, ich noch nie gespielt habe. Ich kenne zwar alle Fähigkeiten, wie sie wirken, Skalierung, etc. Aber Reichweite? Welcher Vollidiot schaut sich schon die Reichweite an. Okay, jetzt erstmal keinen Pfiff mehr auf. Sehr lecker. Hey! Wo ist die Richtung? He, he, he. Alle aus dem Weg. He, he, he. He, he, he. Norapilz. Norapilz. Geben alle Gold. Juhu. Ja, 10 Gold. Oh, moin. He, 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 he. Schön, ich hab mein Disk bekommen. Hilfe, Hilfe. Ich mag sogar kein Team. Das ist immer lustig. Hey, yo. Habt ihr das gesehen? Schön mit der Klaue nach hinten und die Abbauende. Äh, Kata hat auch gekriegt. War schön. Ich kann Play. Ich kann Play spielen. He, 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 he. He, he. He, he. He, he. He, he. He, he. Aber Kata, äh, Kassa, äh, Kassa. Na wer denn nu? Malsaha, wollte ich sagen. Muss ja in... Kata, Kassa, Malsaha. He, he. Ja, Malsaha war jetzt gewalt. He, he. Meinen wir, der muss ja auch richtig Fun machen, oder? Also... Also... Ja, geht, ne? Dafür, dass ich ihn nicht kann. Also dafür läuft's nicht schlecht, würde ich sagen. Aber das Problem ist... Ich glaube, im Normal habe ich noch nie gespielt. Nur mal im Ultra Rapid Fire und... im Normal glaube ich noch niemals. Aber... Na gut, musst du ja auch nicht viel können. He, he. Was ist das? Der ist tot. Werbe! Das ist einfach, er sitzt durch mein Schild, genau. Oh, oh. Hä? Hä? Warum brennt er da trotzdem rein? Ich habe in eine andere Richtung geklickt. Verarsche hier. War das nochmal mit Wyatt bestochen? Ja. Ja, habe ich anscheinend nicht genug bezahlt, wa? Warte, warte, warte. Ramo, stopp. Oh, ich hab schon 3000 Gold. Super, ich kann mir rechtlich Lissandries kaufen, wenn ich tot bin. Wie heißt das, Adam? Lissandri. 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 Ach, was ist das? Heißer. Weil du sie dann reagiert. Ich lese. Äh, ja, das und weil ich... Jetzt habe ich auch noch so ein Fälschen gewählt, okay? Ja, ich auch. Fette Sion stand im Wege. Mist. Egal, ich hab ein Double. Ja, aber du machst mit deiner Ulti ja prozentualen Schaden. Ja. Ja, was, wie. Ach. Mal sagen, ja. Pff. So, Lissandries habe ich. Noch nen Volstorf hinterher. Dann geht's ab. Ich finde es gut, dass ich nur ein Rüstungsitem habe mit meinen Schuhen und trotzdem 160 Rüstung knapp habe. Ja. Ja, Timo. Blöd, wenn der Gegner einen Oracle hat, ne? Das war nichts. Sieh ich, sieh lein! Oh. Oh. Kak falsch noch. Aktien, k Educativat, klag ab. Ja, Mann. Die hat gesessen. Ja. Oh, Sion. Also, so langsam bist du mit Sandra warm. Gefällt dir. Chaka-Boom! Komm, Baby! Dicke Sion. Lichter im Dreck der Dicke. Hi, ich gebe mal kurz nichts wegschauen. Boa, meiner! Easy! Oh nee. Könnt du das bitte nochmal auf Deutsch sagen? Hä? ャ? Ich habe gesagt, meiner! Ne, davor. Das Rbbbzbzbzbzbzbzbzbzbzbzwaß3 Könntest du das bitte noch mal auf Deutsch wiederholen? Alter, lass die Drogen aus dem Kopf. Das wirst du denn in der Aufnahme sehen. Oder hören. Brrrr. Padel. Padel. Komm. Ja. Ah, es sind Thrash zerlegt. Ja, er hat noch 500 Leben. Äh, da ich mein Schönen. Infinity Edge. Leider reicht es nicht mehr für den Oracle. Na, links ist der andere neben mir. Ja, hab ich gesehen. Weil, ich könnte ja eigentlich warten. Sind ja nur 150 Volt. Das geht in... Hast du 150 Volt warten, ne? Ja, 300 kostet's. Ja, da 100 wird auch wohl. Ist aber relativ, äh... Leicht zu kriegen, sag ich mal, in nem... A-Rahmen, ne? Jaja. Ah. HÖH! Hast du das gesehen? Der ist am Turm vorbeigeglitscht. Der Kerl ist am Turm vorbeigeglitscht. Der Kerl ist am Turm vorbeigeglitscht. Ein bisschen abgeprallt, würd ich sagen. Äh... Äh... Ja, also im Gebüsch ist kein Film. Auch du, ich denke, das Ding brauchen wir aber jetzt gar nicht mehr. Oh, das ist jetzt, weißt du, ich hab extra gewartet. Egal, Win ist Win, trotzdem ein bisschen schade, also ich hätte das noch ein bisschen länger weitermachen können und ich hoffe, euch hat's auch gefallen und wenn ja, schaut mal wieder rein in diesem Sinne, bis bald, euer Aran.